Hallo Enrico, erzähl uns doch mal deine ersten Eindrücke hier vom FA1. Die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall sehr gut, Mannschaft hat mich gut aufgenommen, Qualität ist auf jeden Fall auch gut, würde ich sagen und bis jetzt war nichts her. Wo hast du bisher gespielt? Im Herrenbereich bei Metternich. Bei Metternich? In der Rheinland-Liga? Ja. Und jetzt in der Oberliga, brauchst du dir einen Sprung zu? Auf jeden Fall, würde ich sagen, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Beschreib uns mal deine Stärken. Stärken, Schnelligkeit, Abschluss und Zug zum Tor. Und was sind deine persönlichen Ziele für die Saison? Persönliche Ziele, ja da ich aus der Rheinliga komme, würde ich erstmal sagen, so viel Spiel wie möglich und dann auch auf jeden Fall so viele Tore und Vorlagen erzielen. Was sind die Ziele mit der Mannschaft? Ich denke mal auf jeden Fall den Rheinland-Pokal gewinnen und in der Liga auch oben mitspielen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bitte.